und mehr Tio mit sie wie Tiki Lärm wie soll ich immer mit Helse in Ida und Geld übernimmt seine Idee um ein Gott so wie verspacken Team Geng Plänke war noch nicht die Hälfte wenn man es dann schon mal nix in der Ausgabe der Proof wie ich es in der Welt darauf muss ich erst mal einer und das heißt ich muss wieder am st hr unter der runde vermitteln in dem mimi bei welchen dass es noch gar nach was der mit zu erdienen halt nur dunkel mit 2 ich gebe es um die meisten von freunden die wichtigste ausgaben wird sie geht die mussten bisschen offener sein höh 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 das ist durch was man sich wie auch ein aus dem wie groß ist der Unterschied von Nadine und Morgana? sie muss mehr frei reden ja 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 sie ist so ekelhaft ja 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 ja, Cyber ist ein bisschen pervers, you know? ich weiß, dass ich pervers ey, was meint ihr? wie groß ist der Unterschied zwischen dem von Morgana und Nadine? Morgana ist der größere definitiv ja, das könnte ich bestimmt auch schon denken ich glaube, dass er nicht fehlt aber von Wayne, da wäre ich mich nicht so sicher bei ihn sieht man hier leider nicht nicht auf dem Loadscreen, ne Wayne ist schüchtern aber ungefähr und bei Ash? Ash hat auch die Hände Hängebrüste die Hände Hängebrüste die Hände Hängebrüste bei der... ... die Besten die besten Eier die Dixen Eier die Dixen Eier am Stall ne ich bin ein Teddybär ey, und? cool, alle so und soundbar Bigger aber habe ich den Größten Ha! Um aber ich solo Top nein, ich geh Solo Top da geh ich Mitte ey, ich geh Solo Top ey, ich geh Solo Top ey, ich geh auf filen wo Teemo ist, okay! Ap ligne Record Ne начommço die Schloss ich geh den du gehst einfach Solo Top gegen WAM PASもう 말을 ers hey du dummer hohen so gehe weg ich gehe mit so dass wohl so ich bin ich mit die jungen habe gekriegt oben so viel rüstung habe ich hier auch für kinder das interessiert mich ein scheißdreck sag mir das noch mal für mich aber wenn oben akali ist dann gehe ich in die mitte und jetzt hast du das ist das ist ein Kali um ist ich in die mitte nein die kärft die Welt der Kali vor sich erst in den Maßen Weg der Kali Ultimate aber aber es muss sich in der Kali erlebt wir können doch erst mal gucken will akarniert und wenn ich in der Mitte ist fattet wenn er schon damit ist händler wichtig wenn er stimmte ist dann gehe ich er geht doch nur prozentig in die Mitte ja der Frequenz sowieso weg der ich rein mit meinem langen Schwanz Rieger Schwenke ich will über Mauern springen der Läge die Europäer zur Hintergrund haben Vaginal gefunden die das Spektak die Wettergelegt der Gewicht der Klägerger im Aufruf war das anbauen gibt sie um die ein Spaß Gitter ich würde hinlaufen würde nachdem ein Wartemann machen über rechts Ja, wir kommen nach hier an. Ich kann die Rave nicht. Ich muss den Blue machen. Ich habe den Blue knapp, deswegen. Aber dafür weiß ich schon mal. Soll man die Töte? Kannst du knicken? Ich bin nur zu dritt. Nein, zu viert. Ich bin zu dritt. Zu viert. Ah, Timo ist auch noch da, ne? Ja. Wecker, wecker. Sag einfach nur den Raves an. Ja, ist einfach nicht. Das kriege ich dir einfach immer bei den Raves zu starten. Nein, da haben wir aber einen Blue so schon gut. Wir an den Betrieb, die direkt auf den Gäng Plank. Das war gut. Nein. Er toll ist, wenn Jungle gefickt wird, wenn ihr nicht gekommen seid. Da sollen wir eine den machen. Töten. Oh, wow. Was sonst? Gleich geht es mir zu. Timo hat keinen Hauptweg, Gott mehr. Kali auch nicht. Opa Chang. Nein. Du kannst ruhig attackieren. Wir sind beide nah, kein paar hier. Nein, 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 nein. Erlkelder. Ich so Haressa Kali, ne? Ja, oben ist Easy Gang. Ja, ich brauche noch so einen Blue Buff, VTF. Ich habe keinen Mana mehr. Guck mal. Läu, wo? Läu, VTF. Ja, zweimal Dings, bleibt ja und ich habe keinen Mana mehr. Das stimmt auch wieder, ne? Das stimmt wirklich, den Mana Buff am Anfang. Das ist immer am besten, aber wenn wir einmal den Mana Buff hinein... Ah, fuck. Wir hätten ihn gekommen, wir hätten den Level 1 Feind gewonnen. Ja, der hat mir ein Blue gestiert. Ah, ja. Hat der Kul dann irgendwie weniger von Gäng Planks? Ja, der wurde runtergesetzt. Wie viele Sekunden ungefähr? Keine Ahnung, zwei Sekunden. Nein. Das wäre wie ein oder zwei Sekunden. Okay. Ich brauche ihn nur, meine... Oh, nice. Ja, aber sie hat auch keine HP mehr gehabt. Ja. Boah, ich hätte nur gedacht, WTF, welcher Gehter kommt aus dem Busch? Ja, das ist nur Cypher. Weil, mein Rap-Chart vollgetroffen eben. Cypher, du erschreckst mich. I don't care. Wenigstens hat die Kleinkriebs da gesagt. Ah, 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 ah. Ich weiß, ich weiß, das macht sich was. Yes, yes, ich hab den Team nochmal getroffen. Geht mein MW nach einiger Zeit weg oder bleibt er so lange, ich will nichts anderes angreifen? Keine Ahnung. Ah, fuck, der geht nochmal Zeit weg, der geht nochmal Zeit weg. Was für ein Killgeiler Gangplank. Keine Ahnung, ich kann auf der Lame bleiben. Null. Ich hab's gesehen, wie du ihn geowned hast. Scheiß nicht. Ja, so in etwa kam mir das vor. Junge, mach halt. Scheiße, ich hab den Team nicht getroffen. Ich sitze hier, ich... Nichts oben. Oh, lol. Teleport. Ja, der Teleport genauso wie, äh, Dingens. Du, ich muss mal kurz weg. Geld muss aufgegeben werden. Ich liebe ja mit Xen Solo wegen Wiggles. Geil, Farm. Verdammt. Dingens. Den kriegst du nicht selber. Ich seh schon, den kriegst du nicht. Nein, aber ich weiß. Den kriegst du nicht. Nee, kriegst du nicht. Ich hab schon nicht. Oder muss sagen. Ich schau mal zu. Ich kriegst mir nicht so viele Lasttests. Du wirst ihn kriegen. Du wirst ihn mal auf der Ralf. Jetzt was wir kriegen, wenn du es malt hast. Der Ralf macht mir mehr an. Du wirst sofort weg da. Jetzt kommt der Ralf. Der Tötet mich. Okay, okay. Denkst bald. Was, welchem Schürz? 100 Damage, nur. 1 TF. Das ist ja voll wenig. Das wurde ja auch genervt. Komm mal um den Ganken. Oh lol. Ja, ich bin glaube ich der W3. Achso, okay. Das erste Mal, dass die Ash... Ah ja, der Crit hat. LOL. Crit. Ich muss hoch dessen. Das hab ich gesehen. Drei Crit sind aneinander. Zwei Crit. Ein normaler Hit und ein Crit. Ein normaler Hit und dann doppelt Palio, wie es da heißt. Ein Gegner. Imba. Doppel. Au. Du kannst nicht... BTF ist ja schon wieder gekrittet. Ja, deswegen. Komisch, ne? Mit Crit drohen. Crit per Level, wenn es das geben würde. Nein, mit 9 TP überleben. Das ist doch der Malphi. Deswegen. Macht am meisten Angst. Ich hab zwar nicht so viele Lasts jetzt wie die nette Ash. Ja, aber dafür krieg ich mit der Zeit eine schöne, brauchbare Anzahl von Fähigkeitsstärke. Ja, Hanson ist so Lasts jetzt wie die Ash. Ich kann einfach Normal hitmen. Wege einfach nicht. Okay, Ash. Willst du schon was? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, dafür werd ich. Dafür... Ja, Fali ist Mist. da kommt ein fall runter der kommt ein fall runter ja die alle haben es überlebt ja dagegen sehr viel die weg als die durch die auch die erinnerung vor ich gehe mal zurück das war dann ein epic win die musik die musik auf dem weg zu dir ist ja gegen klänking hin was das ist wie ein fucking hore und so ein shit ja ich weiß aber der kritiker war auch so ja habe ich gerade eben selbst abbekommen ich kaufe mir ein eges ne ja gut H.E.Ges war... Schlüssel der Legion. Äh, das ist nach dem Pass, die 1-Z-Z-A-9? Oder? Kannst du fast nach diesem Rollenbild so ein Wurf machen, oder? Also irgend so ein... Erst Norman Hilt, dann Rolle und dann Wurf. Also, erst, ähm... Ja, ich wollte mich gerade nur wegfallen. Rollen, my feet. Well, 4. WTF? Der ist langsam als eh schon, wo der mal ein Du hatte. Okay, ich hab's seinem Du. Ja, ich hoffe, da geh ich mal junglen. Boah, du wirst was wissen. Guck mal hier rum. Und ich hab mir schon 38 Fähigkeitsstärke angefarmt. 39. Dann hab ich ohne was... Eure Seele wird mir noch dienen! Kannst du die Fresse halten, Waker? Waker. Eure Seele weckt mich nach innen! Aber die mag ich nicht. Und ich sitz gerade auf meinem rechten Fuß. Das ist komisch. Bis oben. Jo. My feet. Kommt, wahrscheinlich ganken oder so. Das war level 4. Oh nein, ich danke. Hat der Mord? Nein, er hat er nicht. Mann, er ging von 40 coolzeitig. Jetzt! Nice! Er ist... Ashes back, Ashes back! Nein, 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 nein! Der Fall kommt, der Fall kommt, der Fall kommt! Nicht! Loll! Ah! Kann das Pfeil? Rekord, 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 Rekord. Gleichzeitig wie Gold gg. Und die Ash spielt so nicht aggressiv gegen mich, das wundert mich. Wie fand ich nur. Wie viel war's? Wenig. Wie viel war's? Wenig. Wenig. Wie viel war's? Wenig. Ja, vollkostig. Ja, ey, die Frage kam. Wie weiter? Oh, Penis. Oh, Penis. Ich geh mal weg. Ich geh mal weg. Das ist gleichmäßig mal ionische Boots und im Aufwachsenen wegen Kloppensecker. Ich hab zu 1,7 Gold, die Ash muss schon über 2K haben. Ich brauch's denn ionische Boots, die Ash muss schon über 2K haben. Ich brauch's denn ionische Boots, die, äh, Dingsboots? Nein, ich brauch's denn, ich geh mal weg. Ich geh aber auf uns die anderen Bildungsmöglichkeiten. Okay, wir brauch's denn. Ich brauch's denn. Endkriege und Reduction. Die sind aber trotzdem tief die Cooldowns. War's 5 Sinn? Ja, ja. Wenn ich alle 7 Sekunden mein Ding und zwar mein Battle Trail und es gibt es 5 Sekunden. Aber, äh, dann bist du auch dein eh, das ist richtig. Ja, ja. Die Höchst, äh, die Höchst Cooldown, die, äh, Cooldown Reduction, die man haben kann, dass 40 Prozent. Ne, wirklich, hab grad das 30, das ist nicht mehr brutalisierer. War das nicht? Und 50? Nein. Mhm. Ich hab früher mit Blitzcrank immer voll hochgesteckt und dann sagst du, was ich nicht wusste. Ja. Das war auch mal ne Zeit lang möglich. Na, die Ash Worte Porten. Also, sagen wir's mal so, ich hab mal im Internet ein Video gesehen, als das wohl noch nicht so gepatcht war, da konnte, da hat einer nur cooldown gekauft und hat auf den Kartus Ulti, glaub ich, nur 80 Prozent. Hab ich auch schon gesehen. Ach, das war ja noch ne Beta, glaub ich. Das war ja noch ne Beta, glaub ich. Das war in der Beta, das hallo wie. Das war in der Beta, das hallo wie. Jetzt die erste Kartus. So, imba. Das ist auch Master Kantistank. Äh, kein Mana gerade. So, null Mana. Okay, dann, wenn du kein Mana hast, können wir's vergessen. Na, jetzt hab ich doch. Jetzt hätte ich genügend Mana. Ja. Kein Problem. Puh. Das war unten ein Deffen. Ja. Hey, ja. Ja, komm mal bitte. Ja, aber Malfur ist weg. Das soll, das kann's auch gehen, wenn du willst. Hm, ne. Auch noch Kohle, wenn ich mal irgendwelche Lastkills kriegen würde. Oh mein Gott, hast du nicht Lastkills gesagt? Bruder? Meine Spreter Nadine sagt generell immer Lastkills. Okay. Die Akali. Die Akali. Geh lieber weg, sonst kommt die Akali und macht Gang Gang. Ist so. Die Akali macht das einfach. Ich kann die Angst in eurem Herz sehen. Denkt an Malfur gibt's auch noch. Die Akali ist gut. Okay, das ist schlecht. Und? Deshalb, ich bin da. Was für? Ja, noch, ich bin da, aber noch. Ich bin da, aber noch. Ich bin da, aber noch. Geflex. Ähm, Ganglick hat hier, ähm, Telepott, ne? Keine Ahnung. Ne, ich war ja, wenn Gang oder so, ne. Ja, hol ich die drauf und dann Telepott. Oh, wie viel AP der schnallt, fast 100 AP. Wer? Ähm, kann sein, dass es beschrieben ist. Da links. Da liegt auch im Pilz. Oben ist. Von hier, hier, hier. Timo, Timo, Timo. Ach, fressig noch halt. Leute! Wo ist Akali? Wo ist Akali? Wo ist Akali? Wo ist Akali? Ja, die ist weg. Die gleich müssen, ne? Ja, diese Schuss, ne? Wie der PD mit einem HP überlebt hat, man. Und dann nicht mit dem Kino noch geholfen. Ja, wie wäre einfach gezahlt worden. Akali ist wieder hier. Weil ich doch die Asch, äh, will mich langsam töten. Ich spart gerade hier Mana auf. Mhm. Weil du keine Mana hast. Die will gefeilt und dann einfach rein. Ich hatte mit Mana Regen von 45, momentan. Sibilialla, Jala, ich will ja, Jala. Boah, ich muss die Birne Konos dann. Du kannst nicht an-launen. Wenn du siehst, dann ist sie sofort weg. Jetzt vielleicht. Ja, tot. Nein. Ja, Exo schießt sie doch weg. Boah, wenn sie genauer schießen. nicht getroffen wer sie weggeschossen hat der vorteil ist von mir aber was sie gegen die wandschießen ich wusste nicht wie groß die wandschießen da wäre sie gestand da die wand habe ich gemeint ich habe mir schon über ich habe jetzt schon knapp 70 über 70 fähigkeitsstärke angefahren der fall das ist geschlossen worden da ist ein feil gekommen ich habe ein feil in die fresse bekommen da ist ein feil gekommen da ist ein feil gekommen ey da ist ein feil gekommen der fall ist auf dem weg schon getroffen kann jemand ein wort beim dragon legen miss oben pass auf mein feed unten unter dir wenn es unten ist auch wo ich hab ich hab das schon wundert aber was jetzt das ist immer wieder nach unten 0 0 der mädchen der kreis wird auch so dass man da ist am master immer weg der artig macht er immer weg ich bleibe in der mitte so ja und ich leide ich gebe dann mal meine 3k und ausgehen bekommt er ist noch kommt nach unten denkt dann kommt runter ich habe mir auf einen schlag nicht darum bitte gehen mit oder so bitte bitte alleine bitte dass ich alleine bitte zu mir keine schuhe aber 179 ap ja ich mag keine keine angst bin auf dem bay ihr könnt mich jetzt wieder in ruhe fahren lassen schützt mich abstand bild durch die wetter fuhren darf ich mein wohlfahre ich mal mit wie laut das ist das ist nicht mehr so laut. What the fuck? Marvin, pass mal auf, die könnten alle nach oben kommen. Timo! Timo! Lauf! Ich glaub, gleich kommt ein Fall von Ash, ne? LUL! 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 Ash kommt wahrscheinlich auch, ne? Ja, da ist es schon. Äh, äh... Ich fahm dann noch mal ne Runde, ne? Äh, okay, jetzt gehen sie wieder alle nach unten. Ja, egal, kannst oben wieder weggehen, ich komm jetzt. Ja, ich geh mich auch. Wo ist die hin? In den Tor? Ja, ich weiß auch nicht, wo die mal hin. Ich hab sie in den Schatten gestoßen. Ich geh doch alle wieder nach unten, ne, leck mich alle. Ja, ich geh einfach alle nach unten schon mal. Ja, ich geh erstmal hier, für dich treffen. Ja, nee, brauchst nicht, kann schon wieder gehen. Ja, ja, kann ich, deswegen muss ich hier bleiben. Nein, jetzt kanns gehen, jetzt kanns gehen, lass mal ein FIFA machen. Puh! Geh mal weg! Exo wird gleich zum FIFA. Exo, ne? Exo, ne? Ja, Exo, lol. Ja, Exo, lol. Ja, ist wirklich, ne? Ich geh weg. Ich geh weg, man! Exo, du bist nicht so gut mit Vayne. Viel Spaß auf der Durchreise. Nadine, viel Spaß auf der Durchreise! Komma! Die Düdel! Das muss ich bloß keine Last of Us Klaus. Ah, das sind die Äste. Ja, da. Wenn du willst, kann ich es dann? Die kommen alle von oben. Yeah, cool! Soll die auch ihn reinmachen? Ja? Wo, der Gang denkt? Töte, töte ihn einfach, Pony! Oh! Wenn ich stehe! Da, da ist er! Ich habe gesehen. Das macht's einfach kaputt. Geh hin, vorziehen ins Gesicht und rennt ihr zurück. Welche Schuhe? Ja, ne? Sind immer die Besten. Was das jetzt kaufen? Also, Randierungs? Was dir über sie am meisten gefällt? Na, die kann sie nicht wieder noch so gut ein Tankbild gehen. Was ist ein guter Tankbild? Noch eine AP, da bin ich bei 2. Schau, was sie haben. Haben sie viel AD oder AP? Dann entscheidest du. AD. DPS oder wenig DPS? Nicht zu viel DPS. Nicht zu viel DPS. Ja, dann, ähm, sagen wir mal, 1.000 haben, ne? Nein! Oh mein Gott, Pony, Renn. Was ist für eine kurze Strecke? Rrrr, rechtsrennen! Rrrr, Stuntkreis! Rrrr, Stuntkreis! Ja, ohne Scheiß, ey! Boah! Ja, ich hatte, ich hatte 90 HP und hätten Mitländer mit ihrer Markkuhl hat Scham gemacht. Fuck mal live! Okay, wann wo? Mit Zeit? Boah, ne, Akali ist so pro, ne? Oh, ne, Akali geht nach... Boah, ne, Akali geht nach... Boah, siehst du eine kurze Strecke dabei! Langer Witz! Boah, ich... Gib dir gar nicht kurz Strecke langer Witz, Mann! Jetzt, fuck's, lass dich wieder gehen! Oh, das ist immer drin! Stierfack, Kalin! Oh, ff, 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 ff... Ja, aber schon fast zu sagen, ne? Ja, das wollte ich sagen! Potze! Ey! Sie darfst sagen, sie hat wenigstens eine. Puh! Kannst du noch mal machen? Ja, mal gucken, was da immer noch... Ja, mal gucken, was da immer noch... Ex ist meine Wotze! Nö, Wotze! Junge, Wotze, Jung! Das Timo, Timo platziert... Oh ja, noch keine Filze? Oh ja, noch keine Filze? Gold, 200 AP! 211! Wenn du bemerkst, ich habe, ich habe 124 Last Hits und fast jede davon ist mit Kuh gemacht. Nein, warum festgestehen? Ich hab doch voll, WTF! Was, ne? Timo, gut! Mein Wotze weg! Hä? Ja! Nein, abgelaufen! Nein, nein! Ich hab noch meinen... Alter, könnten Pilze liegen, ne? Und Timo könnte da noch sein! Ach so, leuchtet im Bug! Bei mir auch kein Wotter! Ja, und das macht Timo! Oder Pilz? Schau, bei hinter den Näherfalt von einem Pilzloin! Oh Mann, ich hab auch schon mal... Der wills wissen, ne? Er wills wissen! Weg, 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 weg! Ne, wer meint! Das noch nie gewohnt! Venno! Ihr bitte, 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 bitte! Ich hätte... Mit Boots? Das hätten mir nicht passiert! Schmatz! Ich habe mich noch gefressen, ne? Ich hoffe, es schmeckt gut, dann ist er wieder down! Bada-Boom! Wir stehen noch 0-0-0, ey! Schief 6-3, Mann! Ich bin jetzt... Oh, ne... Ich hol mir mal Schuhe, ne? Wie, hä? Ich bin mir zu lahm! Komisch! Solltest du vielleicht mal einen Wege abziehen! Seit wann wird der Kugel dann... ähm... Reset ist? Warum hab ich ihn wieder down? I don't know... Was wird resettet? Was wird resettet? Oh, cool! Äh... Klokendecker ist sogar, ja! Ja! Die Magie! Kann ich mir einsetzen, aber wo ich eben gefressen hab! Hm! Von logisch! Akali von unten! Karli, nazi mal! Dash ran ulti, aber er kommt weg! Da war noch mal ja! Ich wollte ganz schön rein, der ist auf dem Timo! Ich dachte, du wärst reingescht! Ich wäre wirklich! Wuhuhuhu! Los! Ähm, ich hab gerade der Ash die Hefte der Leben... Ja, warte, ich komm mal! Ich komm mal, ich komm mal noch! Oh, ne, ne! Zurück! Geh da weg! Kuh und Ulti und die Ash ist tot! Looooool! Der Geist ist! Ich brauch nicht mal... Ich brauch nicht mal mal Meteorit, ey! Imba! Ähm... Ja. Ja, das Geheimnis des Farms... Da... Ja egal, schon wissen was er mitbafft, dann was kann man töten. Der Mana, das geht weg. Mana. Minecraft. 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 You can suck my dick, and if you like... Boah! Scheiße, hab ich mich erschreckt! Kalifler steht hinterher, nice! Alter, ey! Ich krieg nen Herzinfarkt, ach ja, kann noch mal jemand kommen, gegen 3 hab ich echt keine Lust. Was versuch ich denn grade? Sorry, hab ich nicht gesehen. Loll. Du kannst mich irgendwie alleine lassen, danke. Du kannst mich mal am Arsch an. Oh, scheiße, meine Herren. Nee, woanders hin, Papa, sonst. Ja, ja, Pauldi, es wird ausnutzt, wie hat ja gesagt. Ulti macht schon Stufe 2, 600 Schaden. Uuuu. Ach, ich, äh... Ich bin schon gleich Level 16, Trololol. Genauso wie... No, Neuelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele aber wir sehen wenn du die drauf Loll was geht ab? Ja, alles frei vor sich Loll, nom 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 Ich nicht Get next Eins lang vom Weg, eins lang vom Weg Jesus LOLL Ich bin tot Ja Timo mit seinem fucking fast Tempo Egal, ich hab ja noch nicht mein Magus gehabt Jetzt hab ich mein Magus Wie Pony immer ausrastet, wenn er einen killt Das ist doch so Das ist ein schönes easy going Spiel Wir haben mal ein Jungle Show, VTF Jungle Show ist ein spare Weißt du nur daran an der komische Sitzweise wie ich hier sitze Komm, Dragon I don't care I don't care, Dragon I don't need No need No need, Dragon I need I need Braff Wracken Braffen Seiden Wracken Seiden Seiden Also wenn ich die Esche sehe, dann weiß ich schon mal dass ich die in einem Rutsch durch töten kann Okay Okay Eksophisch als hälften hätten wir wieder Ok Eins dann eins dann eins dann A Ich werde gerade hier gehackten Stücke Ja, es spielt Alter Ja, nice Geh weg, Schild, Mann Danke, Tschüss Ich habe nichts bei Ich habe nichts bei Das ist ein Molotin, aber ich habe es im Gesicht Alles klar? Nein 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 frontline Ja ... Ich muss Lacher ob ich mir mal was habe Es geht nur mal bei ihm Bei mnie Tv gibt dafür ja in 30 Sekunden kann die Ash adieu sagen rechts 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 da war fail Cypher dem musste die reinziehen in 12 Sekunden kann die Ash wieder adieu sagen wenn sie dann mal hier ist also hier sind die Gegner weg ja wo ist sie denn ich hätte sie bekommen wenn ich rüber geflasht wäre wenn die es mir einmal begegnet ist die weg scheiße ich bin noch vom pilz getroffen worden die traut sich nicht hin wo schnell deren Blu holen jetzt guck das an ich hab keinen Zweifel fressen ja egal ich hab zwei Gäste und Timo komm bitte ich hab mit meinen drei Fähigkeiten jetzt schon ähscht zu tun das ist sicherlich da drauf ne lassen ich kann nicht nur für jeden krieg ich noch mal 5 AP ich vergebe dem Blu jetzt eh mal weg das ist sehr lecker tritt kann ein strike Marcel wenn du schon Boxen an hast du stell wenigstens auf englisch nö umbrella lr das soll ein tank sein er hat RTP gekauft und Amor und Amor was echt besucht da wir sehr er wird sie und er hat er er hat doch ein Jahr aus dem Jahr aus dem und das so auch 165 auch in der Kampagne und und die Fresse auf die Füße und so weiter ja er hat nur Kuhlauch machen und die Kugel weil er für Judo für die Füße ich schreckt Toro Moro was er dir achten hat durch die Welt auf Tänk entgegelt zufällig aber man hat mich nicht alleine oder wie geht die Städte die Städte nun morgen der Monaco Bogen Scharbrot zu Wurzeljubel und auch auf die Städte Nadine die kannst du haben wenn es sind das war ja aber auch weil er nicht mehr abgabend er hat durchsicht ja aber auch noch mal Elf wird erkennt die Städte von der Katharin aus dem Abo-Bettel 0 2 Prozent 19 die Katone Kills Heide und Erkehren die 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 insofern die das noch einmal weiter Fox so weiter geht's hey ihr kauft sich mal ein Gefluss treffen müssen es gibt ein Mass-Trap wo ist die ähm die ganzen Leute vom Masterfragen spüren wo ist der Hurensohn? die irgendwie tun mir die gehen etwas leidens lol oh willst du mich verarschen? Gigi das ist schon die zweite Mal ja deswegen ja verarsche mir wuh easy win in der Base gewonnen uuuu Gigi noch jemand nicht auf fett die 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 die